BAM! Guess who's back! Was geht, was geht, was geht? Wir haben heute Samstag. Es ist der 19. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich befinde mich gerade in Tapachula. Das ist sehr nahe zu der Grenze zu Guatemala. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe es versäumt und bin nicht mehr dazu gekommen, einen kleinen Bericht aufzunehmen in Salina Cruz, den ich vorher war. Das heisst, ich war in Puerto Escondido. Und dann mit dem Bus sechs Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, nach, ähm, beziehungsweise eher sieben, acht Stunden, weil wir haben... Bueno, fangen wir von vorne an. Zum ersten Mal muss ich sagen, ich bin nicht alleine dort hingegangen. Ich hatte eine Kollegin in Puerto Escondido. Und die kommt ursprünglich von Salina Cruz oder die hat ihre ganze Jugend verbracht. Und die hat dann sozusagen gefragt, ob sie auch gerade mitkommen kann. Wenn wir zusammen dort hingehen können, dass sie sozusagen drei, vier Tage Kurzurlaub macht, ihre alte Heimat. Und dann geht sie wieder zurück. Und ich gehe dann weiter. Und ja... Und nicht wegen dem, aber durch das sind wir nachher auf der Heifahrt ein bisschen mehr local-mässig unterwegs. Es gibt direkte Karverbindungen, die auch dementsprechend teurer sind. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, fürs Abenteuer. so... mit so kleineren... Bussen zu fahren. Oder mit einfach so... mit normalen ÖV sozusagen. Wo du dann so Bus für Bus nimmst. Und dann haben wir irgendwie drei, vier Bussen nehmen. Und sind dann schlussendlich nach... anstatt nach fünf, sechs Stunden, sind wir dann halt nach sieben, acht Stunden in Salina Cruz angekommen. Und ich muss sagen, rückblickend bin ich wirklich sehr dankbar gewesen, dass ich da nicht alleine dort hingegangen bin. weil... Es hat eigentlich nichts dort. Also es ist so eine Stadt mit so 70, 80'000 Einwohnern. Industriestadt. Es hat eine von den wenigen Ölraffinerien dort. und Marienstützpunkten. Dies, das. Aber es ist wirklich... Also es ist null Touristisch. Merkst du auch daran, dass... man gar niemand Englisch kann. Und es hat auch... zum Beispiel keine... Hostels. Es hat nur... Hotels. Und... durch das... bin ich wirklich eigentlich froh, dass ich mit ihr dort hingegangen bin. Weil dann ist es natürlich nochmal etwas anders, wenn man mit einem Local dort dabei ist. Und dann ist es... gleich sehr interessant gewesen. Aber wenn ich natürlich alleine dort auch nicht gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen verloren gewesen. Das ist so ein bisschen das. Und ja... Auf jeden Fall... sind wir dann drei Tage oder vier Tage dort gewesen. Das ist noch interessant gewesen. Sie hat mich dann da überall ein bisschen mitgenommen, zu ihren alten Kolleginnen und Kollegen. Und... Dann sind wir noch bei... bei einem Geburtstags... oder bei zwei Geburtstagsfesten gewesen. Einmal haben wir nur eine Kollegin besucht. Und der Ehemann, dem seine Schwester hatte Geburtstag, dann hat es dort noch ein Fest gehabt. Dann sind wir durch das... zwei Tage später noch eingeladen worden... an die Geburtstagsparty vom Kind... von der Kollegin. Die ist irgendwie fünfe geworden. Und... bin ich da voll im... mexikanischen Alltag gewesen. Und das ist eigentlich auch genau das Coole gewesen. Ich habe dadurch eigentlich... wirklich so ein... wirklich so ein... authentisches Mexiko gesehen gehabt. Also ich glaube, wenn du so müsstest... beschreiben, wie Mexiko ist... und wie wahrscheinlich... Also ich meine eben... Mexiko ist so riesig, aber... wahrscheinlich würde die Stadt Salina Cruz... wahrscheinlich am besten repräsentieren, wie es... in den meisten Kleinstädten in Mexiko so läuft. Weil... das ist einfach wirklich... Mexiko pur gewesen sozusagen. Also ich würde sagen... oder ich bin auch wirklich... der einzige Tourist gewesen. Die Leute haben mich angeschaut... wie ein Alien. Oder gelacht... oder hoi gesagt... oder... es war lustig gewesen. Und... das ist von dem her wirklich... sehr interessant gewesen. Und... ja... da sind wir wirklich wirklich... so ein bisschen... dort gewesen. Ich bin mehr so ein bisschen... mit unterwegs gewesen... da ihre Freundinnen und Freunde... beglärt... weil es einfach wirklich... nicht mehr gehabt hat. Also... ich hätte da gerne noch... eigene Aktivitäten gemacht... aber so viel kannst du dann... dort auch nicht machen. Jetzt sind wir noch ins Kino gegangen... und dieses und jenes gemacht. Und es ist... von dem her wirklich... eine coole Erfahrung gewesen. Die Stadt selber hat man... also... rein optisch... macht die Stadt gar nichts. Es ist wirklich eigentlich... keine schöne Stadt. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Es ist wirklich sehr... ähm... lebendig gewesen. Und wirklich... du hast so gespürt... es ist so ein... real Mexiko da. Das ist wirklich cool gewesen. Und ich glaube... dass gleiche ist auch ein bisschen... da jetzt in der Stadt, in der ich jetzt bin. Aber dazu... später mehr. Ah... und ich habe jetzt... ich habe jetzt wieder angefangen... Reisetagebuch zu schreiben. Ich muss jetzt natürlich sagen... in der Zeit... in der ich jetzt in Puerto Ascandido war... für fast eineinhalb Monate... oder für eineinhalb Monate... habe ich aufgehört... Reisetagebuch zu schreiben... weil es einfach... keine Ahnung... ich hatte so meine feste Bleibung... es ist jeden Tag... nicht gleich gewesen... aber du bist halt so ein bisschen... es ist dann so Alltag gewesen... und dann ist irgendwie... so ein bisschen müssig gewesen... das Zeug aufzuschreiben... und... ja... durch das... haben wir jetzt aber wieder vorgenommen... jetzt wo ich ja wieder unterwegs bin... unbedingt... das Zeug aufschreiben... habe ich jetzt in Salina Cruz noch nicht gemacht... aber jetzt nach dieser Aufnahme... schreibe ich mir das Zeug... da wieder auf... in diesem Sinne... Kurz und knackig... Salina Cruz... Küstenstadt... in Mexiko... Oaxaca... und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder... Ciao, 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 ciao...